Hallo, ich bin der Lars vom YouTube-Kanal Funfair-Blog. Die Corona-Krise betrifft uns alle, aber besonders auch die Tourismusbranche, also speziell Freizeitparks, Schausteller, weil die eben gar keine Einnahmen haben aktuell. Und mittlerweile ist es ja so, dass einige Parks, also auch Schausteller, spezielle Angebote haben während der Corona-Krise und reagiert haben. Also die bieten spezielle Dienstleistungen an oder limitierte Fahrschips zum Kaufen, Süßigkeiten zum Liefern, also ein Auslieferungsservice oder Süßigkeiten-Drive-In, habe ich auch schon bei einigen Schaustellern gesehen. Ich finde, es ist nur aktuell so, dass man diese Dienstleistungen im Internet nur schwer findet. Deswegen kam mir jetzt die Idee, dass man vielleicht alle Angebote, die ihr so kennt, einfach hier irgendwie bündelt, also in die Kommentare schreibt. Deswegen die Bitte an euch, schreibt doch einfach mal die Angebote, die ihr kennt, von Schaustellern, also von Freizeitparks, oder von Freizeitparks, hier unter diesem Video in die Kommentare. Und diesen Videobeitrag werde ich auch auf der Funfair-Blog-Facebook-Seite oben fixieren. Das heißt, immer wenn man auf die Funfair-Blog-Facebook-Seite geht, findet man den Beitrag super schnell, weil man kann das ja doch oben irgendwie fixieren. Und ja, ich werde auch ab und an da reinschauen und auch mir das ein oder andere Angebot auch nutzen. Und daher meine Bitte an euch, schaut da auch mal den rein, nutzt auch mal das Angebot, weil gerade jetzt benötigen die Parks, als auch eben die Schausteller, überhaupt der Mittelstand und die kleinen Unternehmer unsere Unterstützung. Deswegen kauft ihr was. Ich habe das jetzt kürzlich auch gemacht. Hier zum Beispiel habe ich mir so eine Tasse gekauft oder zwei Tassen, waren sogar drei Tassen irgendwie. Ein paar CDs habe ich mir gekauft. Macht das bitte auch. Unterstützt die Schausteller, die Parks. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und das war es auch schon von meiner Seite her. Ich wünsche euch alles Gute. Bleibt gesund. Verliert oder fallt nicht in eine Depression. Behaltet eure Lebensfreude, bzw. wenn ihr die Angebote nutzt von den Schaustellern und Freizeitparks, die sie jetzt anbieten, holt euch ein Stückchen Lebensfreude nach Hause. Vielen Dank für eure Unterstützung und wir sehen uns. Bis dann. Macht's gut und ciao.